Und Marie, lass uns in die Vereinigten Staaten schauen, denn es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump um die Präsidentschaft. In genau zwei Wochen ist es soweit am Dienstag. Den 5. November wird in den Vereinigten Staaten gewählt. Und nicht nur die USA selbst, sondern die ganze Welt schaut natürlich mit Spannung auf diesen Ausgang. Klar, und beide Kandidaten, die sind damit auch im Endspurt um die Gunst der Wähler. Sie attackieren und beschimpfen sich verbal. Schon jetzt wird also vom schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten gesprochen. Unsere Reporterin Alina Quast, die ist ja momentan in den Südstaaten unterwegs und mischte sich in Texas jetzt mal unter die Anhänger Donald Trumps. Fette Trucks, irre Outfits und überall Trump. Ich besuche in El Paso in Texas ein sogenanntes Trump-Train-Event, eine Art Autokorso. Bevor sich der aber in Bewegung setzt, wird über Politik gesprochen und geshoppt. Oh Gott, also insgesamt habe ich bestimmt schon 200 Dollar ausgegeben. Aber Trump ist es wert, frage ich? Oh Trump ist es wert, na klar. Er ist ein sehr friedlicher, gottesfürchtiger Mann, der das Land liebt. Er ist großartig, für alle von uns. Migration, Wirtschaftspolitik, Abtreibungsgesetze, das sind hier die Wahlkampfthemen Nummer 1. Anwesend sind viele Frauen und das, obwohl ihr Wunschpräsident unter anderem schon wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Ich unterhalte mich mit Meghan. Wieso unterstützt sie einen Mann, der Dinge über Frauen sagt wie Grab them by the pussy? Bei dem Spruch habe ich auch gedacht, hey Mann, das hätte man vielleicht lassen können. Aber es ist fast wie mit Brüdern. Die sagen auch Sachen, wo du auch nur denkst, warum sagt ihr das? Aber du liebst und unterstützt sie trotzdem, weil sie die gleichen Werte und die gleiche Moral wie du haben. Meghan erzählt mir, was ihre größte Sorge ist, wenn Kamala Harris ins Weiße Haus einzieht. Sie hat gesagt, dass sie als allererstes uns die Waffenrechte wegnehmen wird. Ich habe ein Kind, das ich beschützen muss und ich mache mir Sorgen, weil sie so viele illegale Einwanderer in dieses Land gelassen haben. Kamala Harris sagt, sie besitze selber eine Waffe. Immer wieder beteuert die Demokratin, sie werde niemandem die Waffen wegnehmen, sondern wolle lediglich Sturmgewehre verbieten. Aber das glauben ihr die Trump-Anhänger offenbar nicht. Daniel Dela Cruz hilft als Freiwilliger bei den Trump-Support-Events. Warum er Trump wählt, ist für ihn klar. Willst du Freiheit oder willst du Kommunismus? Wenn du Freiheit willst, musst du Trump wählen. Wie die meisten hier glaubt auch er Trumps unbelegte Behauptung, dass die Wahl 2020 manipuliert wurde. Meine größte Angst ist gerade nicht, dass Trump verliert. Meine größte Angst ist, dass diese Wahl erneut gestohlen wird. Kommt es dann wieder zu einem Sturm auf das Kapitol, frage ich? Zwei Worte. Inside Job. Unsere eigene Regierung hat das damals angezettelt. Auf Fakten, merke ich, kann man sich hier nicht einigen. Donald Trump hat einmal gesagt, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und seine Wähler würden ihn trotzdem noch wählen. Ja, auch ich habe hier heute eine unerschütterliche Loyalität gespürt. Und für viele steht jetzt schon fest, Donald Trump hat gewonnen. Und wenn nicht, dann wurde die Wahl gestohlen. Bevor sich der Trump-Train in Bewegung setzt, wird noch ein Gebet gesprochen. Dann heißt es einsteigen und Abfahrt. Flagge zeigen für ihren Präsidenten Donald Trump. Untertitelung des ZDF für funk, 2017